Für unser Experiment brauchen wir ein Teelicht, ein Glas, ein gefärbtes Wasser in einem Suppenteller. Ich stelle das Glas über die Kerze und warte, was passiert. Das Wasser wird eingesaugt, es entsteht ein Unterdruck, die Kerze erlischt und schwimmt. Und ihr könnt das Glas unterstützen. Vielen Dank. Musik Musik Musik